Bei der Asylpolitik und auch bei der Flüchtlingspolitik insgesamt werden wir nicht alle Probleme dieser Welt auf deutschem Boden lösen können. Deswegen müssen wir die Dinge politisch steuern und deswegen müssen wir auch immer eine Abwägungsentscheidung treffen und abwägen zwischen dem humanitären Wunsch, den sicherlich viele von uns haben, möglichst alle Bedrohten in Deutschland aufzunehmen, zumindest ihnen zu helfen, aber auch auf der anderen Seite zu erkennen, dass auch unsere Möglichkeiten begrenzt sind. Wir können nicht allen auf dieser Welt helfen, jedenfalls nicht auf deutschem Boden.